Eine vierköpfige Familie mit 9.000 Franken netto soll bereits schon als Sozialfall gelten. Für Alleinstehende gilt dasselbe mit 5.000 Franken Nettoeinkommen pro Monat. Absolut absurd, was diese Prämienverbilligungsinitiative eigentlich machen soll. Und ja, es geht um Krankenkassenprämien. Die steigen natürlich schon, das muss ich zugeben, und nicht allzu wenig. Aber ich sehe es nur absolut absurd an, eben eine Familie, die vierköpfig ist, mit 9.000 Franken netto bereit schon als Sozialfall abzustempeln. Ich habe generell nichts gegen Prämienverbilligung, wenn es dort landet, wo es hin soll. Nur frage ich mich manchmal, sind bei einer alleinstehenden Person die 5.000 Netto verdient pro Monat? Ist denn das wirklich ein Fall für die Prämienverbilligung? Ich glaube es kaum, ich hoffe es kaum. Aber eben bei dem geht es um diese Initiative. Ich sage hier einfach nur, absoluter Humbug. Wenn man sich einfach mal auch anschaut, wie das Ganze in verschiedenen anderen Ländern so abläuft. Meiner Meinung nach ist es in der Schweiz immer noch sehr, 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 sehr gut. Und ich verstehe nicht, was an diesem Status quo zu rütteln sein soll. Wir haben historisch gesehen und auch im Vergleich zu vielen verschiedenen anderen europäischen oder amerikanischen oder auch weltweiten Ländern eine deutlich, deutlich niedrigere Inflation. Unsere Währung ist so gesehen über die letzten 3, 4, 5 Jahre der Schweizer Franken enorm stark und stabil gewesen. Für viele natürlich ein absoluter Segen, wenn es ums Reisen geht oder den Einkaufstourismus. Wenn man über die Grenze geht, Essen oder andere Waren einkauft oder einfach online global einkauft. Oder eben Reisen geht. Sei das eben nach Japan, sei das nach Deutschland, nach Österreich oder allgemein in die USA. Der Franken hat in den letzten 1, 2, 3 Jahren bis zu 25% je nach Währung zugenommen. Und die Inflation war in dieser Zeit oder die Wertsteigung war in dieser Zeit definitiv nicht so hoch bei vielen Dingen. Und da haben wir natürlich massiv profitiert als Schweizer. Aber hier rüber meckert natürlich niemand. Es wird einfach immer nur über das Umverteilen geredet und auch in Vergangenheit. Wir hatten erst kürzlich die Abstimmung zur AHV und zwar die 13. Monatsrente. Die ist ja tatsächlich angenommen worden. Das heißt, ab 2026 werden viele Rentner bereits eine 13. Rente bekommen, respektive 8,33% Erhöhung ihrer AHV. Was ja ganz okay ist. Ihr kennt meinen Standpunkt dazu. Ich war eher tendenziell gegen diese ganze Sache. Ich fand diese Idee nicht wirklich gut. Das liegt vor allem daran, dass es wirklich alle bekommen und grundsätzlich tatsächlich die meisten, die es bekommen werden, es gar nicht wirklich nötig haben. Aber alle, vor allem jüngere, aber letzten Endes alle darunter leiden werden, indem die Mehrwertsteuer sicherlich wieder erhöht wird. Aber wahrscheinlich auch eben die soziale Abgaben nochmal deutlich erhöht werden. Die dann natürlich das Netto-Einkommen schmälern und einfach noch mehr umverteilt wird, wo es eigentlich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre. Aber hey, so ist das nun mal. Das ist eine direkte Demokratie. Es wird abgestummen und dann wird das halt eben umgesetzt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt eben diese Prämienverbilligungsinitiative so absurd klingt, dass hier die Leute wirklich wach werden. Weil ein Netto-Einkommen von 9.000 Franken pro Monat soll schon als Sozialfall gelten. Und einfach nur absurd. Ja, bei Alleinstehenden dann 5.000 Franken Netto auch absolut absurd. Das sind 60.000 Franken. Stellt euch mal vor, ihr verdient 60.000 Netto und geltet hier in der Schweiz als Sozialfall. Absolut nur was zum Teufel. Das tut hier jeder so, als jeder hier in Zürich in einem Penthouse oder so wohnt. Absolut nicht der Fall. Aber ja, das ist einfach nur das Wohlstand oder dieser Wohlstandsverwahrloste Mindset, dass man sich einfach nur denkt, hey, uns geht es ja so gut. Aber eigentlich geht es uns hier und hier immer noch ein bisschen schlecht und statt, dass man irgendwie Vollgas gibt, arbeitet oder richtig viel Mehrwert bietet, nein, es wird noch mehr umverteilt. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, wir sehen ja, wo das hinführt. Schaut man sich mal zum Beispiel Deutschland speziell als Nachbarland an, man sieht ja, wo das hinführt. Das soll ja nicht hier, wir wollen hier in der Schweiz, und das bin ich ganz ehrlich nicht politisch gesehen, ein zweites Deutschland haben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht von der Logik. Es funktioniert nicht alles perfekt in der Schweiz, aber vieles funktioniert sehr gut. Und wenn man sich das mal global betrachtet, funktioniert sogar sehr vieles sehr gut. Schauen wir doch lieber, dass die Dinge, die sehr gut funktionieren und die Dinge, die funktionieren, einfach noch besser gemacht werden, statt dass wir hier mit dem Gießkannenprinzip versuchen, nach Lösungen zu finden. Wir sehen, dass mehr Steuern, mehr Abgaben und letzten Endes auch mehr Umverteilung nicht immer unbedingt das Beste oder das Gelbe vom Ei sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Punkt, wir haben eine klare Steigerung der Kosten und die Löhne dagegen sind natürlich deutlich, deutlich am stagnieren oder zumindest nur am leicht wachsen. Und das ist so ganz knapp noch mit der Inflation vereinbar, was halt eben tatsächlich eben für solche Initiativen führt. Nur frage ich mich hier natürlich, liegt das nicht vielleicht einfach daran, dass viele Leute mittlerweile nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern Teilzeit arbeiten? Oder eben an diese 40, 35 oder sogar 30 Stunden Woche sich klammern und einfach diese Work-Life-Balance möchten. Und diese Work-Life-Balance hat halt eben Kosten und diese Kosten sind unter Umständen weniger Gehalt. Und darum verstehe ich hier an dieser Stelle definitiv nicht, warum man das eben subventionieren soll, wenn Leute irgendeine Work-Life-Balance wollen. Ja, die 42 Stunden, die werden hier total abgehatet. Ich weiß es schon jetzt, ich bekomme in den Kommentaren schon jetzt irgendwelche Hates. Ja, Thomas, 42 Stunden sind eh zu viel und man braucht gar nicht so viel arbeiten. Es gibt doch diverse Studien, die besagen, dass es viel effizienter ist, nur 32 oder nur vier Tage die Woche zu arbeiten. Und da sage ich an dieser Stelle, wenn du vier Tage die Woche arbeitest und ich sechs Tage die Woche arbeite, dann werde ich dich so kaputthasseln, weil ich einfach jeden Tag elf Stunden ranklotze, sechs Tage die Woche, also knapp 70 Stunden ranklotze und dich einfach kaputthassle. Und zwar nicht im bösen Sinn, sondern ich mache einfach in einem Jahr doppelt bis dreimal so viel Arbeit wie du, weil ich nicht nur mehr arbeite, sondern gleichzeitig auch effizienter werde und immer effizienter werde mit jedem Tag, den ich arbeite. Und ja, jemand kann das als Angriff sehen, jemand kann das aber auch sehen, hey, hat der Thomas da nicht vielleicht irgendwo recht? Sollte ich vielleicht auch nicht mal irgendwie den Daumen aus dem Arsch nehmen und irgendwie versuchen, irgendwie einfach richtig Vollgas zu geben, egal wo ich arbeite, bei meinem Angestelltenjob, in meiner Selbstständigkeit oder wo auch immer? Und dann sehen vielleicht die Leute das, dass man richtig Vollgas. Es gibt der Erste, der im Büro ist, der Letzte, der aus dem Büro geht, der, der das Projekt zu Ende führt, der, der für die Deadline nochmal einen All-Nighter macht und durchhustelt, ja? Natürlich, wenn man das sieht, ich bin hier auch an dieser Stelle fair, es gibt natürlich auch Unternehmen, die das ausnutzen, wenn Mitarbeiter das machen und das nicht belohnen, dafür bin ich definitiv nicht, nicht, sondern das Verhalten oder wenn ein Mitarbeiter so richtig sich den Arsch aufreißt, soll natürlich entlöhnt werden. Versteht mich hier nicht falsch, ja? Also ich bin jetzt hier nicht jemand, der dann sagt, oh, der hat ja nicht nach einer Gehaltserhöhung gefragt, da gibt es halt einfach gar nichts. So ist es natürlich nicht, meine Freunde. Und ich lasse mir auch nichts in den Mund legen, was ich nichts gesagt habe. Also wie schon gesagt, wer richtig Vollgas gibt, der soll natürlich auch entlöhnt werden. Aber die Frage ist, wer gibt heutzutage denn noch richtig Vollgas und gurkt nicht einfach rum und jammert und meckert immer über seine Work-Life-Balance? Und das ist einfach nur das, was mir einfällt, wenn ich diesen oder diesen Text lese, eine vierköpfige Familie mit einem Nettoeinkommen von 9.000 Franken soll als Sozialfall gelten und deshalb eine Prämiensubvention, also diese Prämienverbilligung bekommen, absolut absurd. Und genau das gleiche gilt für Alleinstehende mit Nettoeinkommen bis 5.000 Franken, absolut absurd. Wollt ihr gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet? Mich würde mich mega interessieren. Diskutiert bitte in einem sehr normalen Ton, würde ich mich riesig freuen. Beteiligt euch in der Diskussion und ansonsten checkt auch gerne dieses Video ab, meine Freunde.